Es ist neu, es ist frisch, es ist nicht sehr oft gemacht worden. Es ist nicht modern, kontemporär, ich weiß nicht, es ist es wert, es ist etwas anderes. Ich habe viele Fragen für Prokofiev. Der erste, ich denke, ist es sein eigenes Porträt, weil Alexei Ivanov, ich denke, er hat es für sich selbst. Ich denke, es ist Prokofiev. Ich denke, es ist neu, es ist neu, es ist neu, es ist neu. Ich denke, es ist neu, es ist neu, es ist neu, es ist neu. Ich denke, es ist neu, es ist neu, es ist neu, es ist neu. Ich denke, es ist neu, es ist neu, es ist neu. Ich denke, es ist neu, es ist neu. Ich denke, es ist neu, es ist neu, es ist neu, es ist neu.